Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Slime Ranger. Heute wollen wir natürlich den blauen Mama Slime füttern. Ja, das geht sogar. Na, wie viel fristen du noch. Das war mein letzter. Das frisst du ja wieder nie. Shit. So, wie man die hier aufkriegt, weiß ich immer noch nicht. Ähm, wir brauchen da etwas zum Einsammeln. Boah, hier sind ja wieder die verseuchten Schleims. Wo haben wir hier so eine rote Beete? Hier haben wir Karotten. Hier haben wir Karotten. Scheiße, ich hätte gerne so eine... Äh, ja. Geld. Schleimkacke haben wir wieder. Mist. Hier, fress euch satt. Was auch immer das gerade war. Das ist ein grünes. Scheiße. Ja, die kann man nie einsammeln. Schade. Ich dachte, das geht. Ähm, ja, gut. Au. Mit dem blauen Mama Slime füttern, das war wohl ein Reinfall. Finde ich persönlich ein bisschen shit, aber gut. Man kann nicht alles haben. Da müssen wir halt nochmal zurückrennen und neues Futter holen. Ähm, hier, Adam it. Adam it. Wow. Äh, es... Warum? Es mag keinen Spaß mehr. Die werden alle böse. Nö, pah. Das ist fies. Wir haben auch noch Karotten, ne? Und dämliches Hühnchen. Ach, Mist. Pah. Wechsel mal auf die Karotten, ne? Nö, die wollen wir bestimmt gleich brauchen. Ha! Noch mehr Schleimkacke für den Ike. Hier liegt doch mehr rum. Ich hab keinen Platz mehr. Geil. Boah, das ist jetzt beschissene. Oh, schnurr. Ich hasse das, wenn die explodieren. Das ist auch noch eine Gewachsene. Fressen die Karotten, ne? Autsch. Anscheinend nicht. Hier, kommt mal bitte wieder her. Ne, euch werf ich weg. Das geht ja mal gar nie hier. So. Ähm, Geld. Geht. Hier ist noch nichts gewachsen. Aber wir haben Hühnchen. Das ist noch nicht mal fette Hühnchen. Ähm, das Netz oben. Was mach ich denn mit dir, Dude? Oh. Ja, den lassen wir erst mal stehen. Äh, hier gibt's. Boah, ich hasse das, wenn die an ihn rankommen und explodieren. Oh, Mann. Geht mal weg. Ey. hier rote beete oder was das auch immer für ein zeug ist das ist hier hinten in der ecke das ist ja von den katzen fischern genau nein Nein! Ha, ich hab ein Goldenes. Äh. Scheiße, ich hab den schon voll. Äh, ja gut, dann gehen wir erst, wo ich dann die Schleimkacke wegbringe. Eins Eick ist schon wieder voll damit. Boah. Aber ich hab ein Goldenes. Das gibt mir jetzt 300. 300. Geil. So. So. Uh, yeah. So, was haben wir hier hinten? Ähm, Wildwuchs, 1700. Was haben wir hier hinten? Rancherweiterung, 1700, ja warum auch nicht? So, was haben wir hier hinten? Das Labor, 10.000, jetzt legge mich doch mal hier. Das ist ja ein bisschen happig, würde ich sagen. Ah, das braucht alles noch hier. Tschüssikowski. So, da hinten liegt noch was. Hier liegt auch noch was. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-stoff. Das ist bloß ein verkacktes Hühnchen, ich brauche also noch mehr Katzenflamys. Äh, 4, 3. Nein! Ach, schon wieder voll. Äh, ich komme ja gar nicht mehr daher, hallo. Gut, also auf der Suche nach Katzen-Slimmys. Ja, gut. Äh, ja, pinke Schleimkacke habe ich ja jetzt mittlerweile schon en masse. Ist hier hinten noch was? Außer ein paar Bären. Ne, hier war ja der pinke Mama-Slimm. Das war wieder so arschklar. Oh! Oh, okay. Ach scheiße, was mach ich denn? Das da raus, das rein. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich wollte eigentlich was anderes suchen. Ich wollte Miezi Slams haben. Ja, vier Stück. Ja, das muss reichen. Ich würde immer noch interessieren, ob man seine Waffe upgraden kann, um mehr Slots zu haben. Und mehr, ähm, hier, dass der Lagerplatz drinnen größer wird. Das würde mich echt mal interessieren, ob es das gibt. Ähm, ja. Dann gehen wir erstmal wieder Schleimkacke einlösen. In der Hoffnung, dass wir jetzt endlich mal ordentlich Geld kriegen hier. Oh, die rote Beete ist auch fertig. So, macht ihr endlich mal Kinder? 1.100. 1.100. So, jetzt haben wir wieder rote Beete, ein bisschen Geld. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf zu dem blauen Mama Slime. Und ja, viel habe ich heute hier nicht machen können so wirklich. Was ist das? Wassertank, Schockwelle, Herzmodul, Energie, Tankbus. Verbessert nanotechnologische Speicherzellen. Erlaubt es deinem Wektangst, 30 Einheiten von was auch immer du einsäuern kannst aufzunehmen. Bleibt das dann für immer? Ich hoffe es mal. Ähm, ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.